Hallo liebe Leute, wir sind hier in der klagenden Küste und zwar direkt hier in der Nähe, vor wo man hochgehen kann. Hier in der kleinen Lische, da befindet sich unser 26. Lilith Schrein, ein bisschen versteckt. Und am besten geht ihr einfach von der Stadt Braystake einfach hier rüber, rattet hier hin und geht da hin. Der gibt uns im Übrigen zwei Stärke wieder und wir sehen uns im nächsten Video.